Huhu Leute, ich bin Flascher, willkommen zu einem Guild Wars 2 Patch Notes Review Video zum Patch vom 3.12.2019. Das war der Patch, der 2 Wochen nach dem Patch von Living Story Staffel 5 Episode 1 rausgekommen ist. Der ist ganz besonders, denn damit hätte keiner gerechnet so richtig, dass da solche außergewöhnlichen Sachen drin vorkommen. Denn eigentlich denkt man ja, zu einem Content Patch müssen die großen, neuen, wichtigen Sachen drin sein. Und mit dieser Staffel 5 Episode 1 war eigentlich gar nicht so viel Tolles drin. Darum habe ich auch vor zwei Wochen gar kein Patch Notes Video zu diesem Content Update gemacht. Denn außer, dass es ein bisschen Story und eine kleine neue Map gab, war da nicht so viel drin. Da waren einige Leute ganz schön enttäuscht von, vor allem weil der Content auch noch ziemlich kurz war. Und jetzt einfach so zwei Wochen danach kommen jetzt auf einmal total viele zusätzliche Änderungen raus, die eigentlich schon in dem Patch hätten sein müssen. Aber gut, dafür haben wir jetzt nach dieser Zeit halt eine größere Überraschung dafür. Und darum wollen wir auch heute mal in diesem Patch diese neuen Sachen durchgehen. Das ist jetzt nichts mega Außergewöhnliches insgesamt, aber trotzdem ein paar wirklich interessante Sachen, die sich viele Leute auch schon seit längerem gewünscht haben. Und Arnett bringt sie nun jetzt endlich ins Spiel. Ich muss mich auch heute ein bisschen kürzer fassen, zumindest versuche ich es, denn eigentlich habe ich gar keine Zeit zum Zocken und Videos aufnehmen. Aber ja, das Video wollte ich jetzt noch eben raushauen. Von daher gucken wir uns jetzt mal die Patch Notes durch. Wie immer, ihr findet einen Link in der Videobeschreibung, dass ihr mitlesen könnt und wir gucken das jetzt mal an. Das erste, was zum Beispiel neu ist, ist, dass man in der Übersicht der Ausrüstung sieht man jetzt auch kleine Checkboxen, also kann man Häkchen machen, an seinen Waffen. Und wenn man die beispielsweise rausmacht, die Häkchen, das mache ich jetzt einfach mal bei Schwert und Schild, dann werden diese Waffen nicht mehr angezeigt, wenn man die Waffen eingesteckt hat. Das heißt, sobald man sie zieht, sind die Waffen da. Wenn man die Waffen aber wegsteckt, sind sie komplett weg, wie ihr seht. Wenn ich jetzt die kleinen Häkchen wieder reinmache, sind auch die Waffen wieder da. Das ist also hauptsächlich was, was so ein bisschen, ja, vielleicht für Rollenspieler interessant ist oder generell, die halt sehr auf ihr Aussehen achten wollen von ihren Charakteren. So ein bisschen Fashion Wars mäßig für die Leute, die halt nicht die ganze Zeit ihre Waffen angezeigt haben wollen. Was übrigens auch neu ist, das steht nicht in Patch Notes, das nervt mich aber jetzt schon. Denn jedes Mal, wenn man H drückt und in sein Hellmenü geht, ist man hier wieder in so einem Standardbildschirm und nicht da, wo man als letztes war. Also ihr seht, ich bin ja jetzt hier gerade auf Ausrüstung. Wenn ich das jetzt hier zumache und ich mache es wieder an, bin ich wieder in diesem Allgemeinen Menü und nicht weiterhin auf Ausrüstung, wo ich zugemacht habe. Das nervt ein bisschen, aber gut ist halt so. Also das mit den Waffen ist schon mal neu, das ist sehr interessant. Dann haben wir aufgestiegenes Essen. Das ist ja, das wurde ja auch vor ein paar Wochen oder Monaten, wurde das ja ins Spiel eingeführt. Und diese aufgestiegenen Essen sind ja immer Sachen, die man hinstellen kann. Ich kann es ja mal in meiner Bank zeigen, hier habe ich so ein paar Dinger da. Wenn man die benutzt, werden die auch automatisch hingestellt und alle Spieler können die ebenfalls benutzen. Die kann man jetzt auch in der Gildenbank oder im Guild Storage, sage ich mal, kann man sie jetzt einsortieren, sodass auch die ganze Gilde Zugriff drauf hat. Das ist also auch eine ganz interessante neue Änderung, was ganz cool ist. Auch neu ist, dass das LFG komplett neu angepasst worden ist. Das heißt, ihr seht, es gibt jetzt hier neue Kategorien. Also wir haben jetzt hier Lebendige Welt, Staffel 3, 4 und auch Eisbrutsager. Das ist ja so gesehen Staffel 5 und die neuen Maps. Also hier wurde es ein bisschen angepasst. Auch gibt es jetzt hier einen extra Tab für die neuen Strike Missions, die es seit Staffel 5 gibt. Also auch hier interessante neue Sachen. Man kann jetzt auch mehrere Sachen gleichzeitig aufhaben. Auch das ging, glaube ich, früher nicht, dass man mehrere Sachen gleichzeitig ausklappen konnte. Also auch ganz cool. Außerdem haben wir auch, dass Build Templates jetzt, ups, falsche Taste, Build Templates nochmal extra aufgeteilt sind in PvE und PvP. Auch hier habt ihr jetzt in eurem Heldenmenü hier oben eine neue Taste, wenn ihr da draufklickt, ändert, wechselt er automatisch in die Ansicht für PvP-Ausrüstung. Auch das ist jetzt neu, dass man die hier sozusagen extra, ja, extra Slots, extra Templates für seine PvP-Ausrüstung hat und dass man die auch hier ändern kann. Und er sollte jetzt auch bei PvE, WVW und PvP automatisch, wenn ihr da mehrere Build Templates habt und ihr habt die als letztes in einem bestimmten Spielmodus benutzt, sollte er auch automatisch in diese Templates wieder rein wechseln, wenn ihr in den Modus geht. Also wenn zum Beispiel hier auf Slot 1 euer PvE-Equipment ist und auf Slot 2 ist euer WVW-Equipment und ihr hattet als letztes hier Slot 2 im WVW drin, seid jetzt aber im PvE und habt euer PvE-Slot 1 drin und ihr wechselt ins WVW rein, dann solltet ihr auch automatisch wieder auf Slot 2 springen. Weil das das letzte war, was ihr im WVW benutzt habt sozusagen. So wie es auch schon früher der Fall war, dass das Spiel automatisch WVW, PvP und PvE-Trades automatisch gewechselt hat, wenn man in die entsprechenden Modi reingegangen ist. Also das ist auch neu. Dann gibt es noch so ein paar kleine Änderungen hier und da, dass beispielsweise beim Revenant die Legenden richtig gewechselt werden zwischen Unterwasser und Normal-Land-Legenden und sowas alles. Aber das ist nicht so mega interessant. Was noch ganz interessant ist, dass es jetzt ein komplett neues dynamisches HUD gibt. Das wurde sich glaube ich auch schon seit es Guild Wars 2 gibt gewünscht, weil in Guild Wars 1 konnte man sein HUD ziemlich individuell anpassen. Das heißt man konnte das rumschieben, man konnte Größen verändern und sowas. Weil vielleicht wollen nicht alle Leute ihre Skills unten in der Mitte vom Bildschirmrand haben, sondern woanders. Und das konnte man alles in Guild Wars 1 anpassen. In Guild Wars 2 ging das bisher nicht. Jetzt geht das zum Teil nicht komplett. Aber wenn ihr einfach mal in die Option geht mit F11, dann seht ihr hier dynamische HUD-Anzeige. Dann könnt ihr zwar immer noch nicht die Größen ändern, außer das, was euch das Spiel schon standardmäßig von Anfang an gibt, wie zum Beispiel die Minimap oder sowas. Aber ihr könnt die zumindest ausblenden und selber sagen, wann wollt ihr was ausgeblendet haben. Also ihr könnt jetzt hier zum Beispiel sagen, Fertigkeiten-Leiste, das ist die hier unten, könnt ihr sagen, immer anzeigen. Oder ihr könnt sagen, nur außerhalb von Kampf anzeigen. Das heißt, wenn ich das jetzt reinmache und ich würde jetzt in den Kampf kommen, würde die automatisch ausgeblendet werden. Wie sinnvoll das natürlich letztendlich ist, da hat sich Arnhent natürlich keine Gedanken drüber gemacht, weil das halt jeder einstellen können soll, wie er es will. Dass jetzt die Fertigkeiten-Liste ausgeblendet wird, sobald man in den Kampf kommt, ist natürlich Quatsch. Andersrum wäre es sinnvoller und dafür gibt es nur im Kampf Anzeigen. Das heißt, ihr seht, die ist jetzt hier bei mir komplett weg und erst wenn ich in den Kampf kommen würde, würde mir die wieder angezeigt werden. Das ist eigentlich ganz cool. Und so kann man halt ganz viele verschiedene Elemente, ihr seht es hier, Menüleiste, Reit-Tierleiste, Ziele, Kompass, Belohnung, Gruppe, Chatbox-Ziel und Wettkampf, kann man jetzt hier individuell anpassen, wann man die angezeigt haben will. Oder auch zum Beispiel, ihr wollt beispielsweise, dass das Menü hier oben, die Menüleiste, weil ihr eh alles auf Shortcuts habt, dass das nie angezeigt wird. Dann könnt ihr auch Menüleiste sagen, nie anzeigen, dann ist sie komplett weg und ihr habt da sozusagen oben den Platz frei einfach von eurem Bildschirm. Das ist also ganz interessant. Es gibt natürlich noch die Option, dass für wichtige Benachrichtigungen trotzdem das UI wieder eingeblendet wird und dass ihr auch ausgeblendete Sachen mit einer bestimmten Tastenbelegung wieder einblenden könnt. Dazu müsst ihr den Punkt belegen, Namen von Verbündeten anzeigen, das steht hier. Das findet ihr unter Tastenbelegung fast ganz unten. Da müsste das irgendwo sein, hier ist es, Namen von Verbündeten anzeigen, das ist jetzt bei mir auf Alt links. Das heißt, wenn ich jetzt hier Sachen ausblende, beispielsweise die Fertigkeitenleiste, mache ich nie einzeigen. Dann kann ich aber mit dieser belegten Taste, mit Knopfdruck darauf, kann ich es kurzzeitig, solange ich diese Taste drücke, trotzdem wieder einblenden. Also dazu ist diese Option da, dass ihr, wenn ihr Sachen ausblendet zu bestimmten Sachen, zum Beispiel außerhalb von einem Kampf und ihr wollt aber trotzdem nochmal schnell auf eure Fähigkeiten gucken, könnt ihr mit dieser Tastenbelegung das einfach schnell mal kurz einblenden. Also das sind insgesamt ganz coole Sachen, die man hier machen kann. Ich als jemand, der hauptsächlich auf Effektivität spielt und nicht einfach nur, dass alles schön ist, werde wahrscheinlich alles standardmäßig lassen, wie immer. Und ja, da werde ich nichts groß einstellen können. Aber ich glaube, für ziemlich viele Spieler ist es eine coole Spielerei. Und da werden viele Leute Spaß dran haben an dieser Option, an diesem dynamischen Hut. Naja, so was haben wir sonst noch? Wir haben, oh ja, das ist auch interessant, auch das wurde sich schon seit Jahren gewünscht, auch weil es das in Guild Wars 1 bereits schon gab, nämlich Capes. Wir kennen ja unsere ganz normalen Rückenteile. Die gibt es ja schon seit immer Rückenteile. Allerdings gab es nie so richtig Capes, die man benutzen kann. Jetzt wurden sie mit diesem Update ins Spiel eingefügt. Und es gibt zwei Capes, die kann ich euch auch beide mal zeigen. Einmal gehen wir dafür einfach in unsere Garderobe und geben ein Umhang. Na, man muss es natürlich auch richtig schreiben, Umhang. Dann finden wir einmal das normale Standard-Gilden-Umhang-Ding. Das können wir jetzt also, hier seht ihr, ist einfacher Gilden-Umhang. Das habt ihr dann anstelle eures Rückenteils. Und das zweite Cap, was es momentan gibt, ist im Game Store. Auch das werde ich euch mal zeigen, dann könnt ihr auch beide vergleichen. Das ist hier der prunkvolle Umhang. Der sieht so aus. Das heißt, so könnt ihr beides mal sehen. Und das Besondere ist, und das ist jetzt der große Unterschied, der Umhänge von normalen Rückenteilen unterscheidet. Denn sonst hätte man diese Umhänge ja auch einfach als Rückenteil machen können. Halt ein Rückenteil sieht aus wie ein Umhang. Aber Umhänge kann man färben. Das ging ja bisher nicht. Bisher ging nur Rüstung im Prinzip färben, aber Rückenteile ging nicht. Umhänge jetzt geht aber auch. Ich kann euch das jetzt nicht zeigen, weil ich keinen Umhang habe. Und darum wird mir auch die Option dafür gar nicht angezeigt unter Farben. Aber Umhänge lassen sich färben. Das ist ganz besonders jetzt hier. Und das ist auch eine Sache, die, glaube ich, sehr, sehr viele Leute freuen wird. Naja, sonst... Achso, wenn wir schon mal im Game Store sind, gucken wir mal, was es sonst noch gibt. Es gibt nämlich sonst noch eine neue Waffe. Den Traumfänger-Dolch. Das ist das hier eigentlich ziemlich riesengroß. Äh, nee, Traumwandler-Dolch. Nicht Traumfänger. Traumfänger ist was anderes. Ähm, Traumwandler-Dolch. Eigentlich fast so groß wie ein Schwert, wie ihr seht. Vielleicht kann man den auch in der Garderobe gerade mal besser anzeigen. Wie ich sage, Waffenskins. Traumwandler. Genau da. Dann kann man nämlich mal das richtige Vorschaufenster sehen. Dann kann man sich die Waffe auch mal so angucken, wie ihr seht. Also auch ziemlich cool. Und ziemlich groß. Glaube ich auch ein netter Dolch, ähm, um sich den zu holen. Und das war's so. An allgemeinen Sachen waren das, glaube ich, die wichtigen Sachen. Es gibt aber auch noch Änderungen an Klassen. Das heißt, es ist ein kleiner mini, 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 ähm, ja, Balance-Patch, der jetzt nicht außergewöhnlich großen Einfluss hat. Aber wir gehen trotzdem mal gleich die Klassen kurz durch. Denn fast bei jeder Klasse wurde das Gleiche geändert. Und zwar wie jetzt mit Fallschaden-Trades umgegangen wird. Annet möchte gern, dass Fallschaden-Trades im Prinzip komplett rausfallen. Das heißt, diese, ähm, diese Schadensreduzierung beim Fallen wird komplett weggenommen. Die gibt's dann gar nicht mehr bei keiner Klasse. Und es wird auch entfernt, wie, ähm, oder geändert, wie aktive Fertigkeiten das Wiederbeleben, ähm, ja, wie mit denen umgegangen wird im Prinzip. Denn einige Klassen haben ja Fähigkeiten, um einen Verbündeten wiederzubeleben. Ehele hat sowas, Mesmer hat sowas. Und diese Fähigkeiten, womit man Leute retzen kann, auch die wurden geändert. Das heißt, wir gehen jetzt gleich mal schnell die Klassen durch. Es gibt aber trotzdem noch eine allgemeine Sache, die kann ich auch direkt beim Angie zeigen. Und zwar, Angie kann jetzt, vielleicht ist euch das gerade schon aufgefallen, zwei Waffensets haben. Außergewöhnlich, oder? Das ging nämlich bisher auch nicht. Angie und Ehele waren die beiden, ähm, die beiden Klassen, oder waren lange Zeit die beiden Klassen, die einzigen beiden Klassen, die nur ein einziges Waffenset haben konnten. Jetzt können sie zwei haben, allerdings trotzdem nicht so, wie es bei anderen Klassen ist. Denn das Waffenwechseln dieser Waffen geht nur außerhalb vom Kampf. Das heißt, wir können jetzt nicht auf einmal mit dem Ehele und dem Angie komplett neue Rotations fahren, wo wir beispielsweise mit Schwertschild und einem Gewehr spielen während eines Kampfes. Das geht nicht. Der Waffenwechsel funktioniert nur außerhalb eines Kampfes. Das heißt, man kann jetzt ganz normal, ähm, beispielsweise mit dem Angie, wenn man ein Schwertschildbild spielt, wie ich hier aktuell, kann man damit rumlaufen. Man kann aber außerhalb des Kampfes auch schnell mal eben auf sein Gewehr wechseln, einen Sprung machen und dann wieder auf sein normales Kampfset wechseln. Auch das ist jetzt möglich, genauso wie auch beim Ehele. Stellt euch vor, ihr spielt beispielsweise, sag ich jetzt einfach mal, ein Stab, ein Stabset, womit ihr ganz normal rumlauft. Und dann könnt ihr jetzt aber trotzdem ins zweite Set einfach einen Fokus in die Offend nehmen, um dort diese ganzen Skills zu haben, die einfach, ähm, euer Leben ein bisschen einfacher machen. Sowas wie Obsidianfleisch oder wirbelnde Winde und sowas. Das könnt ihr dann außerhalb des Kampfes beim Rumrennen einfach mal raushauen und dann aber ganz normal wieder fürs Kämpfen auf euer Stab wechseln und so. Das ist eine coole Sache. Ihr dürft euch natürlich nicht auf dem falschen Waffenset dann aus Versehen natürlich in den Kampf hauen lassen, weil dann könnt ihr das Waffenset nicht mehr wechseln. Also das ist auch eine sehr, sehr coole Änderung. Und wenn wir gerade schon mal beim Angie sind, gucken wir uns den auch mal schnell an. Da gibt es eigentlich nur eine Sache und zwar hier bei Sprengstoffe. Da haben wir bei Grenadier, hier war vorher diese Schadensreduzierung drauf, die Fallschadensreduzierung war hier drauf. Die ist jetzt komplett weg, wie ihr seht. Dafür macht man jetzt aber, wenn man eine Heilfertigkeit einsetzt, einen geringeren Granatenhagel. Auch das kann ich mal zeigen. Ich benutze eine Heilfertigkeit und ihr seht, es kommen automatisch so ein paar Granaten, die AOE-Schaden um ihn rum machen. Das ist also neu. Außerdem wurden auch noch die Auto-Attacks vom Hammer ein kleines bisschen geändert. Positiver Schlag, also Positive Strike, Negative Bash und Equalizing Blow. Das ist die Auto-Attack-Chain vom Hammer. Da wurde jetzt der Kraftkoeffizient geändert. Beim ersten Auto-Attack wurde er verringert. Das heißt, man kriegt mit höherer Kraft weniger zusätzlich Schaden als vorher. Allerdings bei dem zweiten und dritten Auto-Attack wurde dieser Kraftkoeffizient erhöht. Das heißt, je mehr Kraft ihr habt, desto mehr Schaden kommt auf diesen Skill mit drauf. Also beim zweiten und dritten Auto-Attack mehr, beim ersten weniger. Das heißt, es ist jetzt noch wichtiger, wenn ihr mit einem Hammer spielt, dass ihr die Auto-Attack-Chain durchzieht. Dass ihr vor allem auf den ersten und den zweiten Auto-Attack kommt, weil der skaliert jetzt stärker mit höherer Kraft. Und sonst gibt es eigentlich gar nicht so mega interessante Sachen beim Engie noch. Hauptsächlich Bug-Fixes und so ein paar kleine Mini-Änderungen bei einigen Elixieren oder auch, dass die Hilfsschutzbrille, dass die jetzt nicht mehr komplett immun gegen Blindness macht, sondern einfach nur noch einmal Blindheit entfernt. Bisher hat die für ein paar Sekunden komplett immun gegen Blindness gemacht, jetzt entfernt das nur noch einmal Blindheit und es macht auch keine Wut mehr wie vorher, sondern gibt jetzt Widerstand. Also da seht ihr auch so ein paar kleine Änderungen hier und da und noch bei ein paar anderen Sachen, bei einigen Elixieren, Elixier Air zum Beispiel, können wir auch mal schnell angucken. Hier, Elixier Air, das hat vorher, wenn man es geworfen hat, bei dem Tool-Belt-Skill, bei dem hier Elixier Air werfen, hat es einen Zustand entfernt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Dafür wurde aber auch die Geschwindigkeit, wie das geworfen wird, um 25 Prozent erhöht und sowas alles. Und es kann jetzt auch nicht mehr geblockt werden, wenn das geworfen wird. Also so ein paar kleine Änderungen hier und da. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit dem NG. Das jetzt, wie gesagt, mit diesem Fallschaden-Trade, das werden wir jetzt bei allen anderen Klassen, die wir durchgehen, auch noch haben. Das heißt, wir gehen jetzt einmal schnell diese Klassen durch und dann haben wir es für diesen Patch auch eigentlich schon, wie gesagt, nichts mega Großes. Nicht ultimativ viel, aber trotzdem ein paar interessante Sachen, die jetzt einfach mal so random-mäßig mittendrin von Arnett rausgehauen worden sind. Naja, aber ich werde jetzt mal schnell auf den ELE wechseln. So, gucken wir uns den ELE an. Ich habe gewechselt. Auch hier jetzt natürlich die Möglichkeit, bei der Ausrüstung, wie ihr seht, ein zweites Waffenset auszuwählen. Habe ich jetzt hier noch nicht, weil ich auch gerade mich kurz nur eingeloggt habe und noch nichts selber groß eingestellt habe. Wie gesagt, ich habe eigentlich gar keine Zeit zum Zocken. Werde ich aber noch machen, aber ihr habt jetzt die Möglichkeit. Gucken wir uns jetzt aber die Trades an, die geändert wurden sind. Und zwar, dazu muss ich jetzt mal hier auf Arcan gehen. Da haben wir jetzt hier nämlich einen neuen Trade Arcan Wiederherstellung, beziehungsweise der ist nicht neu, der wurde nur umbenannt. Der hieß vorher anders, ich weiß gar nicht genau, wie er auf Deutsch hieß. Jetzt heißt er aber ein bisschen anders. Und hier wurde einfach nur die Fallschadensreduzierung weggemacht. Das heißt, jetzt haben wir nur noch wechselnde Einstimmung, stellt Lebenspunkte wieder her. Das heißt, wenn man die Einstimmung wechselt, wird man ein kleines bisschen geheilt. Vorher war hier noch der Fallschaden bei. Der wurde jetzt einfach nur weggemacht und sonst wurde gar nichts dran geändert. Ähnlich ist das auch hier bei Arcan Wiederbelebung. Hier wurde jetzt beispielsweise entfernt, dass der passive Wiederbelebungsspeed erhöht wird. Das heißt, das ist jetzt hier nicht mehr drin. Auch das ist eine Sache, die wurde jetzt bei vielen dieser Trades, dass der Wiederbelebungsspeed erhöht wird, wurde einfach entfernt. Und dafür wurden aber aktive Wiederbelebungsskills verbessert. Das werden wir gleich sehen. Also das ist jetzt hier auf diesem Trade ist das weg. Und was auch nicht mehr hier ist, ist, dass wenn man einen Verbündeten wiederbelebt, dass der Verbündete und man selbst eine Aura bekommt. Jetzt bekommt nur noch der Ehle, nicht mehr der Verbündete diese Aura. Auch das ist neu. Das heißt, dieser Trade wurde hier ziemlich genervt, was das angeht. Was mit dem Cooldown ist, weiß ich gerade gar nicht. Da steht der Effekt hat einen 20 Sekunden Cooldown, der mit der Aura, ich weiß nicht, wie es vorher war. Und wie das mit diesem, ich glaube den Geysir, der Geysir, der hatte glaube ich vorher auch schon einen 20 Sekunden Cooldown, bin ich mir aber nicht sicher. Und das mit der Aura kann jetzt auch sein, dass das ein 20 Sekunden Cooldown, das kann man nicht so ganz erkennen, auch aus den Patchnotes nicht. Und ich kenne mich auch mit diesem Trade nicht genug aus, um das genau zu wissen. Naja. Und dann haben wir hier noch, das ist ein kleiner Buff für alle Leute, die diesen Trade hier gerne benutzt haben, Blende Asche. Verursacht bei Gegnern, die ihr verbrennt, Blindheit. Das hatte vorher, glaube ich, einen globalen Cooldown. Das heißt, man konnte immer nur auf Cooldown, ich glaube der war auch schon 8 Sekunden, immer nur einen Gegner einmal blenden, wenn man ihn verbrannt hat. Jetzt ist das pro Ziel. Das heißt, wenn 5 Gegner um euch rumstehen und ihr macht mit einem AOE-Attacke, alle 5 Gegner brennen drauf, dann werden auch alle 5 Gegner geblindet. Und nicht mehr nur ein einzelner Gegner, weil der Trade einmal global auslösen kann. Das heißt, hierfür ist es auf jeden Fall ein Buff für die Leute, die mit diesem Trade gespielt haben. Im PvE hat man den aber, denke ich, nicht allzu oft drin. Naja. Und dann haben wir noch, wo ich gerade sagte, aktive Wiederbelebungsfertigkeiten wurden jetzt gebufft. Und da haben wir hier die Glyphe der Erneuerung belebt, verbündete mit verschiedenen einstimmungsbasierten Effekten wieder. Das ist dieses aktive Wiederbeleben. Das hatte vorher im PvE einen Coulon von 165 Sekunden, also fast 3 Minuten. Jetzt hat es nur noch 90, also anderthalb Minuten, also 90 Sekunden, nicht 90 Minuten, also anderthalb Minuten. Das heißt, da wurde es auf jeden Fall gebufft. Im PvP und WVW war das vorher auch schon 90. Also da hat sich nichts geändert. PvE hatte aber noch deutlich länger, wurde jetzt aber auch auf die 90 Sekunden runtergeholt sozusagen. Und auch die Cast-Zeit wurde verringert. Die war vorher 3,25 Sekunden, jetzt ist sie nur noch 2 Sekunden. Das heißt, ihr seht Buffs auf diesen aktiven Wiederbelebungsfertigkeiten, Nerves auf den passiven, weil es jetzt dieses passive schneller Wiederbeleben nicht mehr gibt. Und das war es auch eigentlich schon mit dem Ele und darum können wir weitermachen. Eigentlich mit dem Angie, den haben wir aber schon durch, darum kommen wir zum Wächter. Kommen wir zum Guardian. Der hat im Prinzip auf seinem Siegel die gleiche Sache bekommen wie auch schon der Ele. Das heißt, wir haben hier einmal das Siegel der Gnade, aktives Siegel, belebt einen angeschlagenen Verbündeten in der Nähe wieder. Hier waren vorher auch nur im PvE, glaube ich, 150 oder 160 Sekunden drauf. Jetzt sind es nur noch 90 Sekunden, also genauso wie beim Ele im PvP und WVW war das vorher auch schon auf 90 Sekunden. Und hier gibt es aber noch eine Änderung und zwar das passive hiervon. Hat vorher nämlich 180 Heilkraft gegeben, jetzt gibt es 120 Konzentrationen. Also der passive Effekt wurde von Heilkraft in Konzentration geändert. Auch das muss natürlich jetzt jeder Boon-Guardian und auch jeder Heil-Guardian dann in seinem Bild berücksichtigen, dass hier der passive Effekt geändert worden ist. Das ist also schon was Wichtiges hier, denn dieses Siegel der Gnade haben einige Builds als passives Siegel bei sich drin. Naja, was haben wir sonst noch? Auch hier natürlich wieder Fallschaden-Trades wurden geändert. Ich habe hier extra, ne, habe ich nicht, ich wollte Ehre reinmachen, genau. Hier haben wir beispielsweise den hier, Beschützerwiederherstellung ist es, glaube ich. Das hier war vorher der Fallschaden-Trade drin, der ist jetzt komplett raus. Es wurde deswegen auch extra umbenannt in Beschützerwiederherstellung und macht jetzt nur noch wirkt geringeres Symbol des Schutzes, wenn ihr eine Heilfertigkeit nutzt. Das war vorher auch schon, aber vorher auch noch der Fallschaden, jetzt ist der einfach nur entfernt worden. Fällt mir gerade ein, wir müssen auch mal schnell in die Waffenfertigkeiten reingucken, denn hier ist eine ganz coole Änderung eigentlich, nämlich auf dem Dreierskill vom Streitkolben-Beschützerschlag. Schützt Verbündete vor dem nächsten Angriff gegen sie und wehrt sich bei gegnerischen Angriffen, wobei Verbündete in der Nähe Segen gewährt und der passive Brenneneffekt vollständig wieder aufgeladen wird. Das war im Prinzip zum Großteil auch schon, allerdings das mit diesem passiven Brenneneffekt. Es ist ja der F1, dass der Guardian alle paar Angriffe automatisch brennen auf dem Gegner und sowas macht. Das war so, dass dieser passive Brenneneffekt vollständig aufgeladen worden ist, wenn dieser Beschützerschlag nicht ausgelöst worden ist. Das heißt, wenn keine Attacke geblockt worden ist. Das wurde jetzt geändert, dass wenn eine Attacke geblockt wird, dass dann der passive Effekt vollständig aufgeladen wird. Das macht natürlich auch mehr Sinn, denn man macht ja diesen Beschützerschlag, wenn überhaupt nur, um ihn auszulösen. Um natürlich einerseits die Verbündeten zu schützen und andererseits aber auch diesen Gegenschlag auszuführen, der sogar relativ hohen Schaden macht. Und auf diesem Skill einen Effekt zu haben, der nur was bringt, wenn der Schlag an sich, also dieser Skill an sich gar nichts bringt, ist natürlich blöd. Darum wurde das jetzt hier schlauerweise geändert, dass das auslöst, wenn man etwas blockt. Außerdem wurde auch der Radius erhöht, sowohl zum Blocken von Verbündeten als auch zum Schädigen der Gegner von 180 auf 240 als Radius. Also auch ganz cool hier. Also das ist wirklich eine gute Änderung. Was haben wir sonst noch? Wir haben hier noch Schützender Wiedererwecker. Auch hier wurde was geändert. Auch dieser Trade erhöht jetzt nicht mehr den Wiederbelebenspeed, den Revivalspeed. Auch das wurde jetzt hier komplett entfernt. Dafür gibt es jetzt aber hier was Neues, nämlich, dass das Schild der Absorption automatisch gecastet wird, wenn man jemanden wiederbelebt. Das war vorher auch schon so. Aber wenn das Schild der Absorption nach ein paar Sekunden explodiert, dass diese Explosion Verbündete ein kleines bisschen heilt. Im PvE um 15 Prozent, nicht heilt, sondern wiederbelebt, sorry, wiederbelebt. Im PvE um 15 Prozent, im PvP nur um 3 Prozent. Aber dieses Schild der Absorption explodiert nach ein paar Sekunden und belebt Verbündete wieder. Und das Interessante ist, das ist ja hier das geringe Schild der Absorption. Aber es wirkt auch auf das normale Schild der Absorption. Das heißt, jeder Skill, der irgendwas mit Schild der Absorption zu tun hat, kriegt dann diesen neuen Effekt. Und das wäre der normale, wäre der 5er Skill vom Schild. Das seht ihr hier, Schild begleitend, 5 Schild der Absorption. Das heißt, auch der bekommt dann die Möglichkeit, Verbündete wiederzubeleben, wenn ihr diesen Trade drin habt. Das steht leider nicht dran. Also ihr seht, ich kann jetzt hier einfach mal diesen Skill reinnehmen. Dann hat sich hier an Schild der Absorption von dem Waffenskill nichts geändert. Aber zumindest laut den Patchnotes sollte auch dieser normale Schildskill davon beeinflusst sein, dass der wiederbeleben kann. Also auch ganz interessant eigentlich. Und dann haben wir noch eine Änderung bei Tapferkeit. Und zwar hier standhafte Tapferkeit. Ich bin mir gerade gar nicht genau sicher, was der Trade vorher gemacht hat. Ich gucke gerade mal schnell nach. Genau, der hat, wenn man einen Verbündeten wiederbelebt oder komplett, also angefangen hat wiederzubeleben oder komplett, ähm, komplett, ne, wenn man ihm wieder aufgeholfen hat, wenn er im Downstate war oder wenn man ihn komplett wiederbelebt hat. Also diese beiden Sachen, dann hat man, was hat man dann bekommen? Genau, dann hat man seinen F3 zum Teil wieder aufgeladen bekommen. Das Tapferkeitsding. Auch das wurde jetzt geändert. Das ist jetzt auch komplett weg. Das heißt, das hat mit Wiederbeleben absolut gar nichts mehr zu tun, dieser Trade. Darum wurde er auch ein kleines bisschen umbenannt. Vorher hieß er irgendwie anders. Und jetzt macht es, er haltet Schutz, wenn ihr einen gegnerischen Angriff mit Aegis blockt. Das heißt, ein Gegner einmal Aegis anwerfen, blocken und danach noch mal drei Sekunden Schutz bekommen, dass auch die weiteren Angriffe nach dem Block dann weniger Schaden machen. Also auch ganz interessant. Diese ganze Wiederbelebungsgeschichte wurde aber auch hier entfernt. Damit sind wir mit dem Guardian durch und wir können zum Mesmer kommen. Den Mesmer können wir, denke ich, relativ schnell abarbeiten, denn da wurden eigentlich nur zwei interessante Sachen geändert. Einmal natürlich wieder, wie sollte es anders sein, in Chaos hier oben. Vorher Abstieg in den Wahnsinn. Der Fallschaden wurde komplett entfernt. Das heißt, hier gibt es jetzt nur noch wirklich geringeren Chaos-Sturm, wenn ihr eine Heilfertigkeit nutzt. Das heißt, es wurde jetzt auch unbedannt in Methode des Wahnsinns, weil Abstieg in den Wahnsinn, oder wie es vorher hieß, macht natürlich keinen Sinn mehr, wenn man nicht mehr absteigt, sozusagen, durch den Fallschaden-Trade. Das heißt, das wurde komplett entfernt in Chaos. Ist jetzt einfach nur weg. Und es wurde allerdings in Inspiration, und zwar hier oben bei dem Trade, was Interessantes geändert. Auch hier gibt es jetzt nicht mehr bei Reaktionen des Sanitäters den erhöhten Revival-Speed. Der ist jetzt weg. Allerdings jetzt hier wirkt Reaktion, wenn ihr einen Verbündeten wiederbelebt, war schon immer so, aber jetzt neu, Reaktion belebt Verbündete innerhalb ihrer Kuppel wieder. Und zwar um 5% pro Sekunde. Das heißt, ihr seht jetzt hier, die Reaktion steht da, Schilddauer steht 6 Sekunden, das heißt, es ist 6 Sekunden an. Pro Sekunde werden Verbündete um 5% wiederbelebt. Das heißt, insgesamt kann man hiermit Verbündete um 30% wiederbeleben. Zusätzlich dazu, dass man halt eventuell sich noch selbst hinhockt und die Verbündeten wiederbelebt. Also auch eine interessante Sache. Letztendlich werden dadurch natürlich auch Verbündete schneller wiederbelebt. Genauso, was es vorher im Prinzip passiv gemacht hat. Allerdings jetzt durch einen aktiven Effekt, der jetzt mit dabei ist. Und theoretisch müsste jetzt natürlich auch die ganz normale Feedback-Bubble, auch hier, genau, hier wird es jetzt sogar angezeigt, da seht ihr es, Wiederbeleben-Prozentzahl. Das heißt, auch die ganz normale Feedback-Bubble belebt dann durch diesen Trade Verbündete wieder. Das heißt, man kann auch, anstatt sich selbst hinzuhocken, auch einfach mal ein Feedback hinlegen. Oder einfach in einem großen Meta-Event, sagen wir, einfach mal gegen einen Boss, wo ihr eh ein Feedback legen wollt, um irgendwas zu reflekten. Beispielsweise zu Halloween gegen diesen Graf von Candy Corn. Weil da kann man ja ziemlich viel reflekten. Und da liegen auch immer mehr als genug Leute neben dem Tod auf dem Boden. Hier kann man jetzt reflekten und gleichzeitig die Leute sogar noch aufheben. Also auch interessante Änderungen hier. Was allerdings hier nicht ist, ist, dass hier durch irgendein passives Siegel oder durch irgendeinen anderen Skill oder sowas jetzt hier Verbündete wiederbelebt werden. Normalerweise haben wir ja hier Illusionen des Lebens, womit im Prinzip ja Verbündete wiederbelebt werden. Und gerade diese Fertigkeiten wurden ja bei den anderen Klassen irgendwie angepasst oder geändert. Das ist jetzt hier bei Mesma nicht der Fall. Also da wurde nichts dran geändert. Darum sind wir auch schon durch und können zum Nekro kommen. Machen wir weiter mit dem Nekro. Auch hier ein paar interessante Änderungen, die einige Leute freuen werden. Erstmal natürlich wieder das Standardmäßige. Gucken wir uns heimtückische Störung an. Das war vorher Terrifying Descent. Auch hier jetzt kein Fallschaden-Verringerungstraight mehr drin. Das heißt, auch das ist jetzt komplett weg. Allerdings wurde dafür der Rest ein kleines bisschen angepasst. Vorher war das so, dass man einem Gegner Pein zugefügt hat, wenn man ihn gefiert hat, glaube ich. Und jetzt ist es aber so, dass es immer kommt, wenn man einen Gegner kampfunfähig macht. Also egal, ob man ihn hochschleudert, provoziert, Furcht verursacht, Rückschlag ziehen oder sonstige Sachen. Man macht jetzt immer Pein. Und es scheint auch kein interner Cooldown drauf zu sein. Das heißt, mit einer Stunlock oder einer Stunchain kann man jetzt so ziemlich viel Pein verursachen. Und nicht mehr nur durch 4, so wie es vorher der Fall war. Also das ist schon mal ganz cool. Wenn man das vorher benutzt hat, wie gesagt, kein Fallschaden mehr. Dann haben wir natürlich auch hier Siegel des Untodes. Das ist die aktive Fertigkeit für Verbündete-Wiederbeleben. Auch das wurde jetzt geändert. Und zwar wurde auch hier der Cooldown verringert auf 75 Sekunden von ursprünglich, ich glaube, 150. Also genau verhälftelt sozusagen, gehälftelt jetzt hier der Cooldown. Außerdem auch die Cast-Zeit von 3 Sekunden auf 1,5 Sekunden gehälftelt. Allerdings, und jetzt kommt das große Aber, vorher konnte man mit dem Siegel 3 Leute wiederbeleben. Jetzt nur noch einen einzigen. Und man muss jetzt auch noch zusätzlich 50% seiner Lebenspunkte opfern. Denn ihr seht, wenn ich mit der Maus draufgehe, guckt mal hier auf meine Lebenspunkte. Wenn ich mit der Maus draufgehe, wird automatisch angezeigt, dass 50% meiner Lebenspunkte wegfallen hiervon. Allerdings, um das wieder ein kleines bisschen auszugleichen, der passive Effekt wurde verstärkt, macht ja, wenn man sich im Kampf befindet, dass man Lebenskraft, also die, die man für seinen Schleier braucht, dass man Lebenskraft regeneriert. Das wurde jetzt um 100% verstärkt, also sozusagen doppelt so viel wie vorher. Also sowohl ein paar Buffs als auch ein paar Nerfs hier auf diesem Skill. Aber das wurde ja so in diesem Stil auch schon bei den anderen Klassen geändert. Naja, dann haben wir hier noch einmal Sandwoge, das ist dieses Portal, was man machen kann. Hier konnte man das Casten, wenn man sich bewegt hat, aus Versehen abbrechen. Das heißt, man musste wirklich aufpassen, dass man wirklich still stand, wenn man das machen wollte. Jetzt sollte das nicht mehr möglich sein, dass man es durch Bewegung abbricht, das Zaubern von diesem Skill. Außerdem auch ganz cool, Seuchenlande, einer der Haupt-Elite-Skills, den die meisten Builds heutzutage drin haben, gerade was Conny-Builds angeht. Hier wurde der Cooldown verringert von 120 Sekunden standardmäßig auf 90 Sekunden, also 30 Sekunden Kürze. Bei mir wird jetzt hier 60, ein Viertel angezeigt, weil ich halt hier oben Meister der Verderbnis drin habe. Ich mache das mal raus und dann seht ihr, dann werden auch die 90 Sekunden angezeigt, die ich gerade gesagt habe. Also ganz interessant, dass man das hier nochmal im Prinzip ein Buff auf Seuchenlandes, man das jetzt sehr viel öfter benutzen kann. Naja, dann haben wir hier noch unheilige Zuflucht. Auch hier wurde ein bisschen was geändert und zwar regeneriert Lebenspunkte, solange ihr euch im Schleier befindet. Wenn eure Lebenskraft über der Schwelle liegt, aktiviert sich euer Schleier, sobald ihr einen tödlichen Treffer erleiden würdet. Das mit dem tödlichen Treffer und alles war vorher auch schon so. Allerdings, wie gesagt, man regeneriert jetzt Lebenspunkte, nicht Lebenskraft, sondern Lebenspunkte, also die roten hier in der Mitte, regeneriert man jetzt, wenn man im Schleier ist. Und das um 2% pro Sekunde im PvE und 1% im kompetitiven Sachen. Ich weiß gar nicht, was da vorher drauf war. Ich gucke das mal schnell nach, was das vorher für ein Effekt war. Was haben wir hier? Ne, vorher war das auch schon so, kann das sein? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Das wird jetzt hier gerade so angezeigt, als ob das irgendwas super mega tolles ist. Aber das war glaube ich vorher, früher auch schon mal so. Und das wurde dann nochmal geändert, dass das nicht mehr so ist. Also ich bin mir da gerade nicht sicher, weil das sieht jetzt fast so aus, wie es früher auch schon mal war, dass man Lebenspunkte regeneriert hat. Ich kenne mich aber auch mit diesem Trade hier gerade nicht mega gut aus, aber es kann sein, dass das entfernt wurden ist mal. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Naja, ihr werdet das schon wissen und rausfinden, wenn ihr diesen Trade benutzt habt. Ich bin da gerade aufgeschmissen. Naja, und dann haben wir noch Sandschatten manifestieren. Das hat bisher auch noch Gegner verkrüppelt. Das Verkrüppeln wurde jetzt entfernt, macht es jetzt also nicht mehr dafür, aber das ist eine sehr, sehr coole Sache. Wurde die Nachladezeit verringert von 15 Sekunden auf 8 Sekunden. Also fast die Hälfte von dem, was es vorher war, um hier eine Munition aufzuladen. Das war ja gerade für viele Necro-Spieler, gerade die Condi-Necro gespielt haben, war das ein Problem mit diesen Sandschatten manifestieren. Wann da das richtige Timing drin zu haben, wann caste ich immer die nächsten Sandschatten nach, dass ich immer mindestens zwei stehen habe und die mir nie alle gehen und sowas. Das musste man ein bisschen üben. Das war mit eins fast der schwierigsten Sachen an der Rotation. Jetzt wurde hier das Nachladen von 15 auf 8 Sekunden verringert. Das heißt, es sollte jetzt deutlich leichter sein, wirklich permanent zwei Sandschatten aufrecht zu erhalten. Ähm, und ja, im Prinzip sollte man jetzt besser klarkommen als früher damit. Ja, und das war's mit dem Necro und wir können zum Ranger gehen. Gucken wir uns den Valdi an, der wird ziemlich einfach und geht schnell, denn da wurden wirklich nur zwei kleine Minisachen geändert. Dafür gehe ich mal schnell in Überleben in der Wildnis. Da haben wir jetzt nämlich hier den Fallschaden-Trait, Soften the Fall hieß er vorher. Jetzt heißt er Kind der Erde und macht nur noch, erzeugt schlammiges Terrain, wenn ihr eine Heilfertigkeit einsetzt. Das heißt, auch hier wurde nichts geändert, außer dass der Fallschadenreduzierung weggenommen worden ist. Und dann haben wir noch bei Naturmagie. Hier unten wirkt Suchen und Retten, wenn ihr beginnt, einen Verbündeten wiederzubeleben. Da war vorher der verschnellerte Revival-Speed drauf, der ist jetzt weg. Das heißt, ihr habt jetzt nur noch das mit Suchen und Retten. Allerdings wurde dafür der Cooldown hier verringert von 85 Sekunden auf 60 Sekunden. Also nochmal 25 Sekunden kürzer, allerdings nur im PvE. Und es gab bisher einen Bug. Es wurde ja vor einiger Zeit, die Rufe wurden ja in Kommandos geändert. Also das, was vorher so Rufe waren, Suchen und Retten und Halt, Wache und alles, sind jetzt keine Rufe mehr, sondern Kommandos. Allerdings war dieses Suchen und Retten, was in diesem Trade hier drin war, zum Teil noch als Ruf drin. Und nicht als Kommando, auch das wurde jetzt dieser Bug gefixt, dass das jetzt hier kein Ruf mehr ist, sondern auch ein Kommando. Und damit sind wir im Prinzip mit dem Valdi auch schon fertig und können direkt weitermachen mit dem Wiedergänger. Der Wiedergänger wird genauso kein Ding wie der Valdi. Dafür gehe ich jetzt einfach mal hier schnell auf Ventari, denn da haben wir zwei Skills, die ein kleines bisschen gebufft worden sind. Nämlich einmal Ventaris Wille bewegt die Tafel mit eurem Willen an den Zielort, während der Verbündete heilt die Tafel... Während der Bewegung heilt die Tafel alle Verbündete, die sie berührt. Vorher war der Radius hier kleiner. Ich gucke gerade mal, wie viel. Der war vorher 180, genau, und wurde jetzt auf 240 erhöht, das heißt ein kleines bisschen größerer Radius. Und genau das gleiche auch bei den Schützenden Trost. Ruft eine schützende Barriere um die Tafel herbei, die gegnerische Projektile blockt. Auch hier war der Radius vorher 180, jetzt ist es 240. Und sonst ist die einzige Änderung sonst nur noch, auch hier bei den Trades unter Repressalie, hier oben der Ebene Schutz, wird der Fallschaden komplett entfernt. Das heißt, es gibt jetzt nur noch wirktkuppelde Nebel, wenn ihr eine Heilfertigkeit nutzt. Und das war es auch schon, kommen wir zum Dieb. Machen wir mit leichten, schnellen Klassen weiter, nämlich den Dieb. Auch hier gibt es nichts Außergewöhnliches. Einmal haben wir bei Betrugskunst hier oben nicht zu fassen. Auch hier wurde einfach die Fallschadensreduzierung einfach nur entfernt von dem Trade. Und die andere Sache, die geendet wurde, ist bei Deadly Farts, tödliche Fürze, nämlich hier. Tödliche Ambitionen. Fügt Gift zu, wenn ihr einen Gegner mit einem Zwei-Waffen-Angriff trifft. Das war vorher, glaube ich, einfach nur, dass man einem Gegner Gift zugefügt hat mit einem internen Cooldown. Also wenn man ihn getroffen hat, einfach zwei Stacks Gift, glaube ich, wenn man einen Gegner getroffen hat mit einem internen Cooldown von drei Sekunden. Der interne Cooldown ist jetzt komplett weg. Allerdings macht man jetzt nur noch Gift, wenn man eine Zwei-Waffen-Fertigkeit trifft. Zwei-Waffen-Fertigkeit ist sozusagen, wenn man zwei Waffen drin hat, ist es der Dreierskill, wie jetzt hier bei mir. In dem Fall, ich habe zwei Pistolen drin. Dann ist es entladen, steht auch drin, zwei Waffen-Kampf. Also wenn ich damit einen Gegner treffe, mache ich Gift, allerdings kann das nur einmal pro Skill auslösen. Also obwohl das keinen internen Cooldown hat. Jetzt macht hier natürlich dieser Skill, macht Anzahl der Schüsse acht, das heißt ich mache acht Treffer. Das heißt aber nicht, dass ich damit achtmal Gift mache, sondern nur einmal. Also pro Aktivierung einer Zwei-Waffen-Fertigkeit macht man einmal vergiften auf den Gegner. Die 120 Zustandsschaden, die gab es aber schon immer und die sind auch noch weiterhin drauf. Und das war es auch schon für den Dieb und wir können zur letzten Klasse, den Krieger, kommen. So und die letzte Klasse, der Krieger. Auch hier nur zwei Änderungen zum Glück, das heißt wir haben das schnell abgeschlossen. Trotzdem ganz interessant, nämlich ein ganz ganz wichtiger Trade, der sehr sehr oft benutzt wird, nämlich Peak Performance, Spitzenleistung. Hier wurde natürlich auch wieder die Schadensreduzierung bei Stürzen komplett entfernt. Und es wurde aber auch alles andere ein kleines bisschen geändert. Vorher war das so, dass wenn man physische Fertigkeiten eingesetzt hat, hatten die natürlich eine niedrige Wiederaufladezeit. Physische Fertigkeiten sind die hier unten. Treten, Bolas werfen, Angriff des Bullen und Stampfen. Die haben aber auch, wenn man es benutzt hat, wenn man sie benutzt hat, haben sie den Schaden um 20% erhöht für sechs Sekunden. Jetzt ist es nur noch 15% Erhöhung, das heißt 5% weniger. Allerdings gibt dieser Trade jetzt Baseline schon 5% Schadenserhöhung. Das heißt, wenn man jetzt genauso gut ist wie früher und im Prinzip, sagen wir, eine 100% Peak Performance Uptime aufrechterhält, dann hat man genau die 20%, die man schon immer hatte. Beziehungsweise, wenn man die gleiche Uptime hatte wie früher, und da hat sich ja eigentlich nichts geändert, das heißt, wenn man die gleiche Rotation spielt wie schon immer, dann hat man, wenn Peak Performance an ist, diese 20% Schadenserhöhung, die man schon immer hatte. Aber in den Phasen, wo das mal kurzzeitig ausläuft, hat man jetzt nicht 0, sondern mindestens 5%. Das heißt, so gesehen ist das hier ein Buff für die Phasen, wo man mal nicht Peak Performance permanent aufrechterhält, denn man kriegt diese 5% Schadenserhöhung jetzt immer und mit Spitzenleistung nochmal 15% obendrauf und ist dann bei den 20%, wo man schon immer ist. Also ganz interessant hier, eigentlich ein kleiner Buff, kann sich also jeder darüber freuen. Und dann noch eine Sache, die vermutlich für PvP und WVW eher interessant ist, nämlich hier abtrennender Streitkolben, das war bisher so, das verursachte Betäubungen, Benommenheit und Niederschläge von Streitkolbenfertigkeiten, ja, sozusagen das verlängert haben, dieses Crowd Control, also Betäubungen, Benommenheit und Niederschläge waren länger an, sag ich mal. Allerdings nur, wenn der Gegner Verwundbarkeit drauf hatte und dieses zusätzliche, dass er Verwundbarkeit drauf haben muss, wurde jetzt entfernt. Das heißt, jetzt machen Streitkolbenfertigkeiten einfach immer längeren Crowd Control auf Gegnern. Wie gesagt, für PvE größtenteils, denke ich, uninteressant, aber trotzdem, ja, ganz interessante Änderungen. Und das war es auch eigentlich schon mit diesem Patch und den Änderungen. Es gibt noch spezielle PvP und WVW Änderungen. Also einige Sachen, die nur in diesen anderen Modi geändert wurden sind. Da gibt es nochmal extra eine Auflistung für in den Patchnodes. Die werde ich jetzt nicht durchgehen, weil ich mich auch viel zu wenig mit PvP auskenne, als dass ich da wirklich eine Meinung zu haben könnte. Darum überspringen wir die einfach mal und sind somit eigentlich dann auch mit diesem Patch durch. Es ist natürlich mal wieder viel länger geworden, als ich vorhatte, aber ich muss jetzt wirklich ausmachen, ich muss ins Bett, denn, wie gesagt, ich habe eigentlich gar keine Zeit. Darum verabschiede ich mich für heute von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich bald wieder, wenn ich mehr Zeit habe. Ciao, Leute.